Grüß Gott, Madl und Buben, hier ist wieder der Peter von BBQ Alt Perlach, eines der beliebten Aus-Buckling-Unboxing-Videos. Und auch in meinem Alter kannst du aufgeregt sein wie ein Kind, wenn du ein Spielzeug, nein, Spielzeug, etwas kriegst, was du eigentlich schon lange wolltest, aber dann, ja, braucht es das, braucht es das nicht. Ich weiß nicht, ob man es braucht, ich glaube schon, dass man es braucht, weil man nichts Schlechtes darüber hört, aber hier ist er, der Karton. Und da drin soll er sein, der Piefer. Und den werden wir jetzt einmal in aller Ruhe ausbackeln und uns anschauen, was alles drin ist. Viel Spaß. Viel Spaß. Jetzt haben wir ihn ausgepackelt. Jetzt werden wir uns nochmal im Detail anschauen, weil, wie gesagt, das erste Mal. Ich bin natürlich nicht der Erste, der euch jetzt einen Piefer vorstellt, aber ich hab ihn halt jetzt da und, ja, sorgen euch halt auch nochmal. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sowas noch nie gesehen hat. Also, Details. So, hinten hab ich jetzt hier den Gasschlauch angeschlossen. Da mach ich dann draußen noch eine Prüfung, ob das alles dicht ist. Mit Gas, ich bin ein alter Camper, muss man sehr vorsichtig sein. Also, immer beim ersten Mal eine Lecksuche machen. Da gibt es ja so Lecksuchsprays. Man kann auch so eine Seifenlauge nehmen, um die Schrauben am Anschluss, am Druckminderer drüber machen. Gas aufdrehen und dann sieht man, ob es blubbert oder nicht. Und wenn es blubbert, ist das schlecht. Wenn es nicht blubbert, ist das super. Kleiner Trick von mir, hab ich mal über gelernt. Statt Spülmittel oder Lecksuchspray, kann mal was nehmen, was vielleicht jeder im Haus hat. Ein WD-40. WD-40 braucht man für alles, für Fahrräder, für quietschende Türscharnier, für, ja, Biefer, Lecksuchen, einfach für alles. Dabei war jetzt hier noch so eine, ja, dünne Gebrauchsanleitung. Ähm, ja, steht halt drin, dass man dem Gas aufpassen soll, ähm, wo der Biefer herkommt, welchem Trend der folgt. Ja, das ist so an die Hülle, wenn man bei Steckhäuser angelehnt ist, mit seinem 800 Grad Brenner und so weiter. Ähm, ja, ganz nützlich. Hat mich natürlich vorher schon von mir, weil ich hab gewusst, dass der Biefer in mein Haus kommt. Ähm, äh, vorderseite. Genau, schauen wir uns jetzt an. Also, wie gesagt, ich hab mir's ja schon mal ein bisschen angeschaut. Daher weiß ich, dass die Gastro-Schale nach unten kommt. Der Rost hier drauf. Und dass das Ganze mittels dieses Drehknopfs hoch und runter gefangen kann. Und dann, je nachdem, wie, äh, dick der Steck ist, dann streichelt's er. Der Biefer hat keinen, äh, Piezo-Zünder oder so, der muss angezündet werden. Innen am Brenner. Und, da gibt's noch einen Handschuh, der vermeiden soll, dass man sich die Bratzen verbrennt. Der Brenner sitzt ja da oben. Fahren wir mal runter, gleich mal schauen, wie weit das da runterliegt. Dann gehen wir den nochmal raus. Kann ich auch ein bisschen üben. Ja, da haben wir schon. Ich hab jetzt meine kleine Chem da reingelegt, in den Biefer. Und dann sieht man ganz deutlich, hier oben, die beiden Keramikbrenner, da und da und da. Also, so schaut der Biefer von innen aus. Jetzt wisst ihr, wie sich das Steck fühlt da drin. Kannst natürlich nicht mit angemachten, ähm, Keramikbrennern sagen. Sonst ist meine kleine Kamera fährt. Ja, jetzt haben wir alles gesehen. Von allen Seiten, inklusive innen. Und, ja, jetzt freu ich mich auf mein Steck, dass ich da zum ersten Mal drinnen machen werde. Ansonsten, wie gesagt, ich freu mich unglaublich, dass ich das Teil jetzt da hab. Werd's dann draußen auf der Außenküche auf der Edelstahlplatte betreiben. Und ich harre der Dinge. Gut verpackt ist gekommen. Super war's. Also wirklich geil verpackt. Ähm, ich hab's sogar vollständig hingestellt, etc. Superschön eingepackt. Äh, versand. Gerade mal einen Tag oder zwei dauert. Und, ähm, ja. Jetzt freu ich mich aufs erste Mal. Das seht ihr dann im nächsten Video. Da hab ich vor, ein schönes Portaussteg zu machen. Ähm, da gibt's dann nochmal eine Neuerung. Aber das seht ihr dann. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und, äh, wenn dem so ist, kommt ihr oben da irgendwo der Abonnier-Button. Da könnt ihr draufdrücken, dann abonniert ihr meinen Kanal. Seht, immer gleich, wenn neue Videos hochgeladen sind, ein Daumen hoch. Da hat mich sehr freuen. Ein Daumen runter. Freut mich auch, weil da hat sich auch jemand mit den Videos beschäftigt. Und ansonsten wünsche ich euch herrschende Zeit. Bis zum nächsten Video. Euer Peter. Fiat's euch. Bis zum nächsten Mal.